Wenn Sie Bauunternehmer oder Inhaber eines Ingenieurbüros sind und vor Arbeit fast zusammenbrechen, das heißt abends gerne mal bis 18, 20 Uhr im Büro sind und gerne auch mal Samstag, Sonntag und am Feiertag Akten aufarbeiten, habe ich eine Lösung für Sie. Bleiben Sie dran und schauen Sie sich dieses Video an. Ich höre oft von Bauunternehmern oder Geschäftsführern, von Ingenieurbüros, wenn ich Sie anrufe, Jodic ist ja schon gut, aber ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss noch zur Baustelle, ich muss noch in das Meeting, ich muss noch den Nachtrag kalkulieren, ich muss noch die Abrechnung checken, ich muss noch gucken, ob meine Leute das machen, was ich denen gesagt habe und so weiter und so fort. Die Leute haben alle keine Zeit. Das ist dramatisch teilweise, wie zeitknapp gerade bei uns in der Branche die Geschäftsführer und Unternehmensinhaber dran sind. Ich habe manchmal das Gefühl, die haben überhaupt kein Leben mehr außer ihre Baufirma oder ihr Ingenieurbüro und ich weiß nicht, ob die sich deshalb selbstständig gemacht haben bzw. Nachfolger oder Nachfolgerin geworden sind, um so ihr Leben, ich sage mal, zu fristen. Weil bei aller Liebe zu unserem Beruf und zu den Projekten und den Kunden und den Mitarbeitern, es kann, glaube ich, nicht Sinn sein, Tag und Nacht zu arbeiten und es ist bestimmt nicht gesund. Und was kann man jetzt machen? Jetzt sagen die meisten zu mir, wenn ich mit denen darüber spreche, ja, mich kann ja keiner ersetzen. Ich kenne ja das Unternehmen aus dem FF, ich weiß ja genau, wie ich jetzt hier das Angebot aufbauen muss, damit es dann richtig beim Kunden ankommt. Ich weiß genau, wie ich den Nachtrag schreiben muss, damit er auch durchgewunken wird vom Kunden. Ich weiß genau, wie ich das Angebot auch so stylen muss, damit es auch im Wettbewerb besteht und ich den Auftrag kriege oder wie ich mit dem Bauern richtig kommuniziere, damit es da keine Unstimmigkeiten gibt und so weiter und so fort. Der Chef ist immer das Genie oder die Chefin, die alles kann und die nicht ersetzbar ist. Und oft stimmt das auch. Oft sind diese Leute, ich denke ja von mir auch nicht besser, so genial und so super und sie sind es wahrscheinlich auch, dass sie natürlich als Einzige in der Lage sind, den Laden so zu führen. Und das geht halt nur durch ständige Präsenz. Anderes gibt es nicht in deren Denken. War früher in meinem Denken genauso, aber es gibt einen Weg. Weg und zwar heißt der Weg natürlich, als Recruiter sage ich das natürlich ganz klar, wie es ist, Mitarbeiter. Jetzt ist es aber natürlich schwierig, den idealen Mitarbeiter zu finden, den einen oder die eine, die sie eins zu eins ersetzt. Das ist auch quasi unmöglich und das wäre ja vermessen, wenn ich Ihnen diesen Vorschlag machen würde. Aber wo viele nicht dran denken, ist das alte römische Sprichwort, teile und herrsche. Was heißt das jetzt bezogen auf Mitarbeiter? Das heißt, Sie suchen nicht mehr die eierlegende Wollmilchsau, die Sie eins zu eins ersetzt, sondern Sie gucken sich Ihre Prozesse mal an. Sagen wir mal der Prozessauftragsbearbeitung. Wie bearbeite ich jetzt eine Anfrage? Welche Positionen sind schadensmäßig immer drin? Wie muss das Angebot aussehen, das an den Kunden geht? Als ein Prozess, dann halt das Kundenmanagement als der nächste Prozess. Wie gehe ich dann dem Kunden um, wenn er jetzt den Auftrag mir erteilt hat? Was kriegt er für Informationen? Wann muss er welche Entscheidungen treffen? Welche Freigaben müssen wann erzielt werden? Das kann man alles in kleine Prozesse aufteilen oder Nachtragsmanagement oder Submissionswettbewerbe. Also da gibt es wirklich für jede einzelne Tätigkeit, die Sie machen, eine sogenannte Prozessstruktur, die man definieren kann und wo Sie einzelne Leute für einstellen bzw. schulen können. Und da liegt Potenzial ohne Ende brach, gerade bei uns in der Baubranche, die kaum jemand nutzt. Denn wenn man diese ganzen Sachen sich einmal die Mühe macht aufzuteilen und dann entsprechend die richtigen Leute einstellt, dann merken Sie plötzlich als Genie, der Sie ja sind, dass Sie ja sind, dass Sie gar nicht mehr so in der Geniezone sein müssen täglich und sprich auch nicht mehr täglich zwölf oder vierzehn Stunden arbeiten müssen, sondern entspannt mit acht Stunden hinkommen oder sogar noch weniger, wenn Sie es richtig machen, weil Sie halt die richtigen Prozesse haben und die einzelnen Prozesse von qualifizierten Leuten, die Sie teilweise selber qualifiziert haben, geführt werden. So haben Sie viel weniger Stress, sind auch nicht mehr abhängig nur von einer Person im Endeffekt, sich selber von ihrer Gesundheit und ihrer Performance, denn was machen Sie, wenn Sie krank werden oder einen Unfall haben. Das kann immer mal wieder passieren. Neulich hat sogar ein Kunde von mir einen schweren Autounfall gehabt, Gott sei Dank überlebt, nichts passiert. Aber es ist immer irgendwie eine Gefahr da, dass wenn Sie nicht mehr können, das Unternehmen richtig den Bach runtergeht und Sie natürlich mit runtergehen, wenn Sie sich als einziger verantwortlich fühlen und alles 24-7 machen. Deshalb nehmen Sie sich die Zeit, überlegen Sie, wie können Sie Ihre einzelnen Prozesse systematisieren und wie können Sie für die einzelnen Prozesse halt statt dem einen idealen oder der einen idealen Mitarbeiterin mehrere Mitarbeiter einstellen, die dann die einzelnen Schritte für Sie abarbeiten, sodass Sie als Chef nur noch quasi die Vogelperspektive haben, genau gucken, passt das alles, machen die alles richtig, wo kann ich eventuell noch ein bisschen was verbessern und so viel entspannter durchs Leben gehen und keinen Stress mehr haben und ein viel solideres und nachhaltigeres Unternehmen aufbauen. Wenn Sie wissen wollen, wie Sie das genau in Ihrem Unternehmen umsetzen können, lassen Sie sich von mir kostenlos beraten, kommen Sie auf meine Webseite www.myosic-consulting.de, finden Sie den Link unter dem Video hier. Ich berate Sie kostenlos, was Sie machen können und gucken Sie mal, haben Sie auch mal wieder Freizeit und gehen Sie Sonntag auch mal einen Kaffee trinken oder Tennis spielen, anstatt nochmal den Nachtrag zu kalkulieren. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Video, Ihr Martin Yosic, ciao.